ja wir sind das noch ja noch die straße und von bei links und 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 links wo auch das war ich genau gehen wir in den Arsch rein und da ist er schon Geh weg Blätter seh nix jetzt sicherst du gar nicht hey hey ich bin Rude. Don't worry about it, man. I like the setup here. These guitars are all collector's items. Celebrity rock memorabilia. Okay, man. Good for you. You got a nice place here, Mr. B. That is a piece of shit. I bought it for my sister. Hey, you bring me to this fucking country, and you keep me in an ugly cage. No one on TV lives in fucking Duke. Then you come and move all my stuff into hallway after you play with fucking guitars. Shut up, bitch. Take your pills. A friend or mine is here. Ha! You don't have any friends. You don't even have a business here. You are nothing in... My sister. She's still getting adjusted. We all are. So how can I help you? Fuck you, Ray. You have ruined my life. Yes! Yes! A difficult situation. It seems I'm being investigated by the National Office of Security Enforcement. There is a particular unit that has a hard-on for me. And why? Because more casually won Selma the Rampage. You'll get rid of them. I will own this fucking team. Hey, the power major's gonna disappear over here if we kill some crooked cops. Leave that strategizing to me. If the money tells you to cut your fucking legs off, you'll do it. Because the money is better than a fucking leg. The money is making plans. That's the American way. All right, man. Thank you. I like you. I make you rich. I make you man. Maybe I'll make you a man with one leg, but I'll make you a rich man with one leg. There is this team facing a cow mind. Take out the whole team. No exceptions. Okay, man. If that's what the money wants. You're a bright guy, Luis. I still like you. You made a good choice coming here. Back, man. Now, good. Go. Roll the bitch. Teng. 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 Lustiger Typ. Fahr zur Garage der Topa Street. Oh, my God. Fahr zum Parkhaus in der Topa Street. So, so, so. Nimm die Havpomblut. Fährt er mit? Nee, fährt... Doch, doch, der fährt mit. Oh, da sind halt ein paar andere. Keine Ahnung. Wenn er der ist, dann... ...sieh da was aus, wenn er der. Ja. 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 Ja, es wäre toll für dich aus der I'm the Big Tony. Hey! Ich weiß nicht was du sagst, Mann. Tony und ich sind partners. Ich habe ein Steg in der Unterbrüse. Ha, ha. Ein Steg? Ja, sicher. Du immer gehst von ihm aus, nicht? Du gehst auf die Scheisse. Was? Du hast viel mehr als das. Unless you're in your working for such a man, partner or whatever you call it. Really, bro? I don't know. When I was left to my own devices, I got locked up. At least with Tony's guidance, I ain't doing time. There are haps. For now, there are haps. But do you think you're achieving everything you could? A man with your talents, in your condition. You could have anything you want. I didn't get to where I am without being able to see the world of man. That's really flattering, Mr. Bulgari. And what are you offering? Where are you offering? Where are you offering? Where are you offering? Where are you offering? I can't tell you this business relationship. I'm not a fucking faggot. What did you say, bro? What are you talking about? I was saying that I made you interested in investing in your potential. Until what? As a businessman, I'm looking for someone here in Liberia. to sit here with the correct relationship. I've already got one employer. Like I said, he's been good to me. Of course, but what is he? He is a dracodictor. A madman. You are useful to him, but you think that is all he wants from you. Oh. Cool. I've lost. I've lost. I've lost. I've lost. And your precious state in the Tony Prince and I. Whatever, bro. Can we talk about something else? What am I doing here? You are helping me with my business. This doesn't seem like legitimate business to me, man. Nothing can be achieved in Liberia City with us. You know what? Nein! Verdammt! Mich jetzt fast wieder geschafft ohne Kratzer, aber natürlich. Muss ich ja wieder. Um. Oh. Gehen weiter runter. Dann gehen wir so runter. Dann gehen wir so runter. Mal. Komm, 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 komm. Ich habe er erreicht. Was? Bäh. Das ist kacke. Äh. Schiss. Boah, ich überspringe nicht, weil er labert mich jetzt eh voll von wegen du hast verkackt und alles andere. Ja, 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 komm. Ah. Boah, ja, klar. Nein, jetzt neu. Hm. Komm, mach, mach. Okay, wir sind zum Glück mal hier. Haftbomben. Platzier die Bombe vorne am Auto. Das Auto. Genau das Auto habe ich angestoßen. Ich glaube das ist ihr Auto. Was ist so vorne? Verkackt. Hä, ich fiel noch. Hä? Verkackt. Hä? 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 Wie viel soll ich noch da reinpacken? Hä, platzi die Montevona. Am Auto habe ich gemacht. Ja. Vorname Auto habe ich doch gemacht. Die Wörter hat ein bisschen höher als gedacht. Ja, ist doch. Hm. ach so an den wagen würde ich ließ bei drucken druckte ich doch sie macht man doch annehmen steuerung ist schon mal nur für uns wird seine wird lustig ich habe ein bisschen zu viel weggesprengt ich weiß ich habe ein bisschen zu viel weggesprengt ich weiß sehr sehr viel zu viel ich habe sehr ähm ja schon die komplette Geraden Granatenwerfer 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 das der andere wieder BAM die Offenstelle hier geht ab an nie geht ab da kommen mehr da kommt noch mehr äh Hassbomben 9 Verschüsse ja da er ist gerade richtig geil je nach einer mal ich hätte alle töten können da kommt da auch eine Scheiße ich will lass das Park aus nein, muss dort trinken muss dort trinken genau das tut mir jetzt aber leid das ganze Park was am Arsch ist äh äh warte stört doch mal boah was wir haben richtig übel Panzer da kommt noch mehr kommt noch mehr ich muss Granaten 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 ich habe keinen Granatenscheiß äh nicht mal die war wir achso das ist oh ich denke schon hä warum ballert er auf mich so Bulgarien zuhause äh nehmen wir mal die Karriere so wie weit ist das äh viel zu weit aber ok ich muss schon mal neu vor allem die Explosion äh ich mag jetzt schwank so ja ja ist true you are one who blew them up that you didn't lose as serviceable job boss aber ich habe auch irgendwie ein bisschen zu viel äh da die Haftbomben verteilt ich habe das am falschen Wagen verteilt äh deswegen ist auch irgendwie die Hälfte die Luft geflossen Hm Achso ich mal Polizei ich kann einfach durch guh Ich cutest Ah ne, diese Rene lasse ich mal aus. Okay, ich mach die an. Dann fahren die auch zur Seite. Nichts in die Seite! Aber er ist hier für lange Zeit, also hat er viele Verbrennungen und andere.